Ich fange, töte und schlachte diese Barsche, um mal wieder ein neues Rezept zu testen. An diesem Fluss hier haben wir geangelt und wir waren wirklich lucky an diesem Tag, weil die Fische waren super aktiv und wir haben quasi auf jeden dritten Wurf die ganze Zeit Bisse und Attacken auf unsere Köder bekommen. So konnten wir dann auch schnell wieder nach Hause in die Küche und die Fische weiterverarbeiten. Also am gleichen Abend gefangen, geschlachtet und gegessen, frischer geht's wohl kaum, das war das geilste Catch & Cook.